So, Elena, herzlichen Glückwunsch, Siegerin, Maslas Bikini, toller Erfolg. Aber du bist ja schon eine erfahrene Wettkämpferin. Wir haben ja vorher kurz telefoniert und du wusstest nicht genau. Ja, genau. Ich habe das schon, Wettkämpfe auch mitgemacht. Das ist nicht mein erster Wettkampf, aber meistens ab 40 doch schon. Ich habe mich kurzfristig entschieden, vor vier Wochen erst, aber ich bin super glücklich. Das war ein Wunsch, richtig stark bei mir und deswegen bin ich sehr, sehr, sehr froh, dass ich das jetzt richtig habe. Vielen lieben Dank auch für die komplette Mannschaft. Dankeschön, ganz herzlichen Glückwunsch, genieß den Abend und wir sehen dich ja noch beim Gesamtsiegerinnenstechen der Bikini-Klasse. Dann bis später. Herzlichen Glückwunsch. Vielen lieben Dank nochmal. Dankeschön, ich bin sehr glücklich.